So, Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video von meinem Kunelo und heute spielen wir ein sogenanntes Spiel namens, äh, äh, keine Ahnung. Keine Ahnung, ihr Spiele heißt. Weil der Titel zu lang ist von dem Spiel, deswegen kann ich ihn noch nicht einblenden. So, wir haben die drei Autos schon und wir sparen jetzt auf das hier. Was ist das eigentlich für ein Auto? Keine Ahnung, wartet. Eine Fast Cam eben hier hinpacken. Und, let's cook and drive with this. Level 14. 1200, Manni! Sind wir in zwei Runden fertig? Nicht ganz. In drei Runden sind wir dann fertig. Aber irgendwie fällt mir auf, die Leute geben sich, also die Spiele herstellen, die geben sich mehr Mühe für Bilder und die Fahrzeuge, die man fährt, anstatt für den Rest des Spiels. Aber von der Grafik her halt. Ach du Scheiße, leck das mit Aufnahme. Egal, das kriege ich hin. Na ja. Wahrscheinlich kriegen wir nur zwei Sterne, aber... Wenn ich mir gleich das Doppelte hole. Was ich wahrscheinlich auch machen werde. Mit wer... Lenk... Warum lenkt das Ding nicht so gut? Warum haben wir eigentlich so eine hohe Grafik? Wow, ich... Boah, Alter! Kannst keiner zählen. So, alle rum. Oh Gott, war das knapp. Oh. Ähm... Ich werde mal gucken. Ich habe euch ja bestimmt schon mal erzählt wegen dem... Egal. Man! Kann ich aber nichts für, ne? Also wer das besser schafft, dann, 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 dann rast ich komplett aus. Ich gebe ja nur noch Vollgas. Schneller geht das ja gar nicht. Ey, wenn ich jetzt hier mit... Wenn ich hier gleich mit drei Sternen nur ankomme. Kannst mich mal im Arsch lecken? Yo! Neue Leute kennenlernen. Freundschaften. Okay, das ging schnell. Du hast jetzt... Ja, das... Sorry, meine Facecam an der Stelle. Ja. und so noch haben und hat hier wenn man die drei bau mir ist dich Es wird... Mann! Scheiß Werbung! Werbung! Bliat! Wart back, achso... Wart back, achso... Ich muss jetzt rückwärts langfahren. Müsste gehen. Bin nicht so schnell, aber okay. Achtung, ich werd hier gezwungen... ... ... Sorry, dass ich immer auf der Facecam gucke, aber... ...es ist halt mega schwer. Aber ich versuch's. Das Problem ist, ich seh' die Facecam mit euch. Also, ne, damit ich auch kontrollieren kann, damit ich... Scheißegal jetzt. Ich will dieses... ...diesen einen Stern heute kriegen. Also... ...Gold... ...Medaille. Also, erster Platz sagen hier. Ach, halt deine Fresse, Mann. Ich will nämlich den neuen noch kaufen. Und jetzt hab ich dann auch gleich das Money zusammen. Könnte ich auch mal hier durchfallen. Und... ...ich werd gleich das Money verlieren. ...die nächsten paar Sekunden. Das ist nicht möglich. Ich fahre die ganze Zeit mit Vollspeed. ... Das ist ja nichtmals möglich. Blatt. Ich geb diesem Spiel... ...null Sterne. ... 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